Ich bin sensibilisiert auf das Thema Alleinerziehende Mütter, weil meine Mutter selbst eine geschiedene Frau war mit zwei Kindern und die meisten von meinen Freundinnen alleinerziehende Mütter sind. Mir ist aufgefallen, wie isoliert und benachteiligte Frauen sind. Sie sind angewiesen auf gute Freundinnen, die sie unterstützen und auf Anlaufstellen, die sie gut beraten und zu ihrem Recht auf gesellschaftliche Anerkennung verhelfen.